Du bist ein Krieger, was? Hast du keine Geschwister? Die gehen hin, gratulieren, halten Reden für dich, ersetzen dich eben. Ich habe eine Schwester, aber die ist nicht da und die wird auch nicht kommen. Und außerdem kann man einen Menschen nicht einfach so ersetzen. Denkst du, ja? Hey, hör auf, okay? Du kennst mich nicht, ich kenn dich nicht und lass uns... Ich kenn dich. Du bist Titian, 26, studierst Literatur, Wissenschaft und Philosophie. Du schwimmst gerne, raust ab und zu, bist stur, du findest Hegel scheiße. Du hast deinen Vater, der heute 60 wird und deine Schwester, die nicht da sein werden. Du bist nicht von hier.